Auf dem Schneeberger Markt werden vor Ostern Blumenbeete geschmückt sowie Pflanzkübel und Bänke gestellt. Der Frühling hat Einzug gehalten. Die Anordnung der Pflanzkübel wird allerdings in einer veränderten Art und Weise vorgenommen. Damit soll die Sicherheit erhöht und die Aufenthaltsqualität für Fußgänger im Umfeld des Wasserspiels und im oberen Marktbereich verbessert werden. Hintergrund für diese Überlegungen war unter anderem die Tatsache, dass der Markt vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden ordnungswidrig als Parkplatz genutzt wurde. Der Markt wird aber weiterhin für Kraftfahrzeuge zum Beispiel zum Be- und Entladen erreichbar bleiben.